Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute ist der nächste Tag. Bedeutet, Hanna darf in der Schule auch ihr Türchen aufmachen. Ja. Na, wo versteckt es sich? Ganz unten. Oh, was? Umi ist gegen die Box gesprungen. Umi möchte in die Box, aber die Box ist besetzt. Da sitzt Fluffy drin. Oh, jetzt nicht mehr. Fluffy ist vielleicht auch neugierig. Das Knistern kennst du schon, stimmt's? Wow, mein ganzes Geschenk für Fluffy. Er legt sich brav hin und wartet, bis er dran ist. Oh no, mein ganzes Geschenk. Oh no, Juvia, das gleiche. Aber ist deine letzte noch heil? Ja. Kann ich nehmen? Noch so ein Teil. Ja. Aber in grün. Das andere war blau, ne? Ja, das andere war blau und so. Ja. Und welche Farbe die mietest du diesmal? Grau. Grau. Nichts zum Spielen für Fluffy. Nicht so richtig. Na, so ein bisschen. Der Kack auf dem Lichter immer noch. Süß. Jetzt hat er wenigstens einen Partner. Stimmt. Gut. So. Dann gehen wir mal nach unten. Schoki und Rummelose. Ja. Und die Katzen können hier spielen. Hey, gib mir mal ein Haargummi wieder. Hallo. Hiiii. 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 Hohohoho. Endlich. Jetzt wieder zum Essen. Ja. 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 Elli kümmert sich um ihr Frühstück und wir um Barbie. Ich bin echt gespannt, was du in der Schule drin hast. Eine Katze. Eine Katze oder Kerze? Eine Kerze. Das ist von einem Mitschüler. Die haben sich gegenseitig Geschenke gemacht. Ich hab gedacht, das wäre der 18. Ist die 15 da oben noch zu oder hast du die wieder so gut zugedrückt? Das ist die 16. Ach, das soll eine 6 sein? Ich dachte, das wäre die 15 und die hättest du wieder zugedrückt. Nee, die wird zum vierten. Ach. Ja, dann erkennt man auch gut. In la bueno. In la bueno. Ah, hier seht ihr auch die Schlange und das kann man halt so verbiegen und verdrehen. Die Katzen kriegt dann wieder lecker, lecker. Ja. Leckerli ist für die Katzen. Wo ist die 16? Nächstes Jahr müssen wir mal gucken, ob es irgendwie einen gibt, wo ein bisschen Abwechslung noch mit drin ist. Ich sehe wirklich die 16. Ich sehe sie auch gerade nicht. War die 10 mal von vorne 1? Doch, ich sehe sie. Ich habe bloß gedacht, das wäre die 18 im ersten Moment, aber die ist oben. Ja, ich habe, ich habe gedacht, hier wäre die 17. Nee. So. Milka. Oh. Weihnachtsmann. Ja. Sag mir, wieso bist du so schlau? Da ist ein Rentier drauf. Ja. So, hier geht es schon los mit dem Hauptgewinn. Elli frühstückt. 1 Euro. 2 Euro. Wow. Heute starten wir direkt mit dem großen Gewinn. Nix. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Wer kennt die Melodie? Bei dem Spielzeug testen. Tschüss. Da 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 da. Warte, ich schnipps dazu. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Da-da-da-da-dam, da-da-da-dam.